Kommt! Ich komm! Schön, wie die schwimmen. Das ist ein Wahnsinn. Die Jüngste ist die jüngste, die hat das gehofft. Die ist 10 Jahre alt quasi. Da sieht man nicht so gut wie die Delfine. Aber hinten? Schau, 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 schau. Schau, das schwimmen drückwärts. Das können nur Delfine. Das sind die einzigen Wasserbewohner, die ich gut schwimmen kann. Das kennen nur die Kuppetille. Ja. Ich mag sie in den Zeichen. Weisst du, wie die da hinten spülen? Fantastisch. Die Münze zeigen. Die mögen die Münze wohl. Das ist fantastisch. Die mögen die Münze. Schau, die interessiert sich für dich. Die mag die Münze essen. Die sind etwa so alt wie du. Die ist 10 Jahre alt. Das ist wahrscheinlich die Mia. Das ist wahrscheinlich die Mia. Das ist der Delfina-Auswein. Sie liegen nur bei deinem Haus. Das ist der Delfina-Auswein. Das ist der Delfina-Auswein. Das ist der Delfina-Auswein. Ist das fantastisch? Ist das fantastisch? Lilli, zeig bitte dir. Wink dir, hallo. Lilli, siehst du dir. Ich weiß es. Schau dir zukünft. Echt jetzt? Schau, geh auch hin, komm. Ich bitte! Ich bitte! Ich bitte, ich bitte. Schau, da kommt der Nächste. Das ist wahrscheinlich der Papa. Na. Hallo. Hallo. Schau. Schau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn der andere dann macht, nicht hätte er sich. Der Schlaf ist krass.